Die Puritaner Buchreihe mit Matthew Henry Aus dem Buch Leben voller Freude Mit der Überschrift Die Auslegung dieser Lehre Es ist eine einfache Wahrheit, die wir hier dargelegt haben, und es gibt nur wenig in ihr, das einer Erklärung bedürfte. Für uns wäre es gut, wenn wir genauso leicht erkennten, dass kein Zweifel daran mehr möglich ist, wenn wir ihren Sinn und ihre Bedeutung begreifen. Genauso wenig wird sich jemand beschweren, dass sie schwer zu verstehen sei, als nur solche, die keine anderen Freuden kennen und genießen als die Sinnlichen und sich deshalb vornehmen, dieser Wahrheit keinen Glauben zu schenken. Solche, die denken, wie kann es sein, dass Freude in der Gottesfurcht zu finden ist, werden leicht geneigt sein zu fragen, was diese Lehre bedeutet und diese Rede hart nennen. Du weißt, was Freude ist. Ich hoffe, dass du etwas von der Freude des Gemüts kennst, eine Freude, welche die Seele beglückt. Und weißt du nicht auch etwas davon, was Gottesfurcht ist, nämlich, dass wir eine angemessene Ehrfurcht vor dem Gott über uns haben und die Augen der Seele alle Zeit auf ihn gerichtet halten sollen? Dann weißt du, was ich meine, wenn ich sage, dass es über die Maßen echte Freude und Befriedigung auf den Wegen der Frömmigkeit und Gottseligkeit gibt. Um dir aber ein wenig beim Verständnis zu helfen und Missverständnisse zu vermeiden, musst du beachten. Ich spreche von echter Gottesfurcht und dem, was darunter fällt. Nummer 1 Heuchlern sind in vielerlei Hinsicht der Genuss und die Freude, die in der Gottesfurcht liegt, fremd. Es ist nämlich eine Freude, an welche diese Fremdlinge keinen Teil haben. Falsche Gottesfurcht kann nie wahre Freude schenken. Wer auf der Theaterbühne eine Rolle spielt, erfährt, obgleich seine Rolle noch so schön ist und er die Freude gut genug nachempfinden kann, diese doch nicht selbst ist. Die Freude des Hauses Gottes liegt nicht im äußeren Vorhof, sondern innerhalb des Vorhangs. Niemand weiß, was der Friede Gottes bedeutet, als nur solche, die unter der Herrschaft und Wirkung seiner Gnade stehen. Auch kann niemand, der die Kraft der Gottseligkeit leugnet, erwarten, an ihrer Freude teilzuhaben. Wenn die Weisheit in dein Herz kommt, es in Besitz nimmt, dort wohnt und wirkt, dann und nicht eher wird es sein, dass sie deiner Seele gefällt. Heuchler haben andere Dinge, derer sie sich erfreuen, nämlich die Vergnügungen der Welt, die Befriedigung der sinnlichen Lüste, die verursachen, dass die geistliche Freude in ihrem Mund nicht mehr schmeckt, sodass sie kein Gefallen mehr daran haben. Solche, die ihr Herz auf ihren Handel richten, sind der Neumonde und Sabbate müde. Mit gutem Grund fragt Hiob daher in Bezug auf den Heuchler, wird er an dem Allmächtigen seine Lust haben? Nein, seine Seele findet Ruhe im Geschaffenen, und sie kehrt nicht zu dem Schöpfer als ihren Ruheort und ihrer Heimat zurück. Ein Heuchler kann, wegen all seiner verstandesmäßigen Zuneigung, für eine kurze Zeit in der Frömmigkeit Freude finden, obgleich er dennoch nicht den geringsten Geschmack aus dem Strom der Freude Gottes gekostet hat. Es gab solche Menschen, die sich daran erfreuten, die Wege Gottes zu kennen. Sie fanden darin einige anziehende Gedanken, die sie überraschten, und die ihren Vorlieben entsprachen, aber sie hatten keine Lust, darin zu wandeln. Ihr steinender Herzensboden nahm das Wort mit Freuden auf, und doch empfingen sie dadurch keinen bleibenden Nutzen. Herodes hörte Johannes gerne. Er hörte sehr angenehme Dinge in seinen Predigten, die das natürliche Gewissen wohl annehmen musste, und konnte es doch nicht ertragen, für seine Herodias gescholten zu werden. Ein anschaulicher Prediger wie Hesekiel kann für sie sein wie ein liebliches Lied, wie einer, der eine Stimme hat und gut die Saiten spielen kann. Und doch ist das Wort des Herrn, wenn es ihre Gewissen trifft und ihnen ihre Übertretungen zeigt, ihnen zugleich zum Hohn geworden. Solche, deren Herz in ihrer Frömmigkeit nicht aufrichtig vor Gott ist, können die Freude des Umgangs mit Gott nicht schmecken, denn allein die Seele redet mit Gott, und er richtet sich allein an die Seele. Die leibliche Übung nützt wenig und schenkt daher wenig Freude. Der Dienst für Gott ist eine Last und eine Pflicht für ein nicht geheiligtes und nicht erneuertes Herz. Es ist nicht in seinem Element, wenn es in diese Luft gebracht wird. Darum atmet es diese Luft nicht ein und sagt, siehe, wäre ich eine Freude, sondern bläst diese weg und sagt, siehe, wäre ich mühsam. Diese Menschen finden auch keine Freude im Umgang mit ihrem eigenen Gewissen oder in ihren Überlegungen, denn diese vermitteln ihnen immer wieder ein Gefühl des Unbehagens, indem sie sie wegen dem anklagen, was nicht im Einklang mit ihrem Bekenntnis steht und es Lügen straft. Und obwohl sie sich selbst zurufen, Friede, Friede, gibt es eine Stimme in ihnen, die ihnen sagt, der Gott des Himmels spricht ihnen keinen Frieden zu, und dies legt einen Schleier auf all ihre Freude, sodass ihre Frömmigkeit selbst ihnen wehtut, Gott selbst für sie ein Schrecken ist und das Evangelium selbst sie ihrer Unaufrichtigkeit wegen verurteilt. Und in einer Zeit der Mühsal und Not ist niemand so ängstlich wie der Sünder in Zion, die geheimen Sünder dort. Und Ängstlichkeit ist die größte aller Überraschungen für die Heuchler, die Sorglosen in Zion, die meinen, dass ihre Festungen ihnen Sicherheit bieten würden. Und daher ist es so, dass Heuchler jeder Frömmigkeit absagen und ihr Bekenntnis widerrufen, nachdem sie sich eine Weile damit verkleidet haben, weil diese ihnen schwerfällt und sie genug davon haben. Händler, die keine Freude an ihrem Geschäft haben, werden nicht lange daran festhalten, und das gilt genauso für solche, die keine Freude in ihrer Frömmigkeit finden. Auch wird nichts uns durch die äußeren Schwierigkeiten des Dienstes für Gott hindurchhelfen, als nur die innerliche Freude daran. Wenn diese fehlt, wird der Baum nicht bewässert und deshalb wird sein Blatt bald verwelken. Der Heuchler wird Gott nicht immer anrufen, und er wird dies nicht lange tun, weil er nicht an dem Allmächtigen seine Lust hat. Und dies sollte für uns kein Stein des Anstoßes sein. Also erweisen sich Heuchler im christlichen Glauben in der Regel als Abtrünnige. Und der Grund ist, dass sie ihn niemals angenehm fahnten, weil sie darin niemals aufrichtig waren, was ihre Schuld war, und nicht die Schuld der Frömmigkeit, die sie bekannt hatten. Lasst uns deshalb Acht haben und uns vor der Heuchelei hüten, wenn wir hoffen, überhaupt Freude in der Frömmigkeit zu finden. Falsche Gottesfurcht hat irgendein anderes Ziel vor Augen und dient einem anderen Zweck als dem, was die Quelle wahrer Freude ist. Solche, die sich mit diesem zufrieden geben, hauen sich Zisternen aus, die nur wenig, ausschließlich totes Wasser fassen können. Ja, sogar zerbrochene Zisternen, die gar kein Wasser halten können. Wie können sie dann die Freude erwarten, welche diejenigen genießen, welche an der Fontäne des Lebens und des lebendigen Wassers festhalten und beständig aus ihr trinken? Ihre Freude ist vielmehr im Einklang mit ihren Prinzipien und mit ihrem Ziel. Sie berufen sich auf die Welt und in die Welt werden sie gehen. Möge aber der Wohlgeruch der Frömmigkeit nicht um derer Willen leiden, die diese lediglich vorgeben und so in Wirklichkeit deren Feinde sind. 2. Es ist möglich, dass es wahren Christen durch ihre eigene Schuld und Torheit sehr stark an der Freude der Frömmigkeit mangelt. Darum sage ich, dass wahre Gottesfurcht, soweit sie ihren angemessenen Einfluss auf uns ausübt und von uns richtig verstanden und gelebt wird, sehr erfreulich ist. Wir behaupten unbeirrt, dass die Wege der Weisheit allezeit erfreulich sind und müssen dennoch eingestehen, dass die Kinder der Weisheit manchmal alles andere als vergnügt sind und dadurch die Weisheit nicht rechtfertigen, wie sie es eigentlich tun müssten, sondern eher ihren Beschuldigern Ursache geben und ihren Interessen Schaden zufügen. Entweder wandeln sie nicht auf ihren Wegen, kehren sich davon ab und gehen so der Freude vor lustig, die darauf gefunden wird. Oder, was gewöhnlich geschieht, sie weigern sich, den Trost anzunehmen, den sie auf diesen Wegen finden könnten. Sie quälen sich selbst mit unnötiger Angst, machen das joch schwer, das Christus leicht gemacht hat und befinden das für entsetzlich, was vom Herrn zur Ermutigung gegeben worden ist. Sie verhärtscheln sich selbst und rechtfertigen danach, ebenso wie Jona es in seinem Zorn tat, ihre grundlosen Verletzungen und Ängste. Sie denken, dass sie gut daran täten, wenn sie sich selbst fürchterliche Ängste leiden lassen, sehr beängstigt und erschrocken würden und wenn ihre Seele sehr betrübt, ja, betrübt bis zum Tod sei, wie die Seele Christi. Christus dagegen wollte solche schreckliche Todesnot erleiden, um unsere Last leicht zu machen. Aber echte Gottesfurcht sollte dadurch nichts an ihren guten Ruf einbüßen. Denn obgleich sie eine fromme Betrübnis genannt wird, trifft dies nicht zu, da das nicht mit dem eigentlichen Wesen und Zweck der Frömmigkeit entspricht, obgleich die Heuchelei sich unter ihrem Schirm verbürgt und so tut, als ob sie daraus entstanden wäre. Sie kann besser eine abogläubische Melancholie genannt werden, die aus einer sklavischen Furcht vor Gott hervorgeht. Hierzu wurden auch die Heiden durch ihre Dämonen und barbarischen Opfer getrieben, was eine große Verletzung des guten Rufs seiner Güte darstellt, fügen aber auch sich selbst großen Schaden zu. Wenn die Bekenner der Frömmigkeit in der Welt das suchen, was sie allein in Gott finden können, nämlich vollkommenes Glück, oder wenn sie in sich selbst suchen, was sie allein in Christus finden können, nämlich vollkommene Gerechtigkeit, oder wenn sie auf der Erde suchen, was sie allein im Himmel haben können, nämlich vollkommene Heiligkeit, und sich dann abquälen und betrüben und von Tag zu Tag wehklagend einhergehen, weil sie in ihren Erwartungen enttäuscht werden, so haben sie sich dies selbst zu verdanken. Warum suchen sie den Lebenden? Bei den Toten. Wenn nur die Frömmigkeit wahre und reine Frömmigkeit mit allen ihren Gesetzen und Vorschriften herrscht und triumphiert, dann werden diese Tränen bald abgewischt werden. Und wenn ein Knecht Gottes seine Arbeit aufnimmt und jedem christlichen Grundsatz sein gebührendes Maß zukommen lässt und deren Ausübung seinen berechtigten Platz und Anteil gibt, dann soll das eine Gebot des Evangeliums nicht das andere zerschmettern. Genauso wenig, wie er die eine Gesetzestafel gegen die andere in Stücke schlägt. Vielmehr sollte er es ebenso sehr als seine Pflicht betrachten, sich in Christus Jesus zu erfreuen, wie über die Sünde zu weinen. Und dann werden wir nicht befürchten, dass ihre Schmerzen die Wahrheit unserer Lehre auch nur im Geringsten erschüttern werden. Denn soweit der Dienst für Gott beachtet wird, wird er hierdurch gekennzeichnet sein und mehr können wir nicht erwarten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!